Hier ist Naruto 1986, jetzt ist es willkommen zu Uncharted 3, zu Part 26, jetzt wollen wir da weiter, wo wir aufgehört haben und Lego. So, damit haben wir jetzt das. Jetzt das andere Rädchen noch. Jetzt. Was ist das? Perfect. Was ist das? Okay. Jetzt. Ja, gut. Oh mein Gott. Boah, endlich wieder alles normal wieder. Mann, anscheinend auf Drogen irgendwie jetzt auf, als haben wir alles normal hier. Meine Güte. Boah, halt voll die Leichen und alles. Oh. Boah. Boah. Mal gucken, ob es hier vielleicht noch was gibt. Ne, hier ist auch nichts mehr. Alles klar. Dann gehen wir aber gerade mal weiter hier. Hier noch ein Scheiß, perfekt. Ich habe doch gewusst, hier irgendwo muss drin noch was sein. Hat doch nicht sein, dass hier nichts mehr war. Ja, also. Weiter geht's zum Brunnen hin. Okay. Ist auch nichts mehr. Aber hier durch. Jetzt die Treffer runter. Ah, das ist ein bisschen. Zum Spielen, Dreckssäcke. Die. Tag. Träumer. Episode 22. So. Nehmen wir einfach mal rein. Nehmen wir einfach mal rein. So, mal gucken Oh, mal runter Okay Junge, wenn du mich doch einmal schlägst, Alter Du willst mich schlagen? Wenn du mich doch einmal wachst, du schlagen, Alter So Weg 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 Jo, jetzt steff doch mal endlich hier Jetzt steff doch endlich mal Junge, schläg mich nicht, okay? Du Drecksack, Alter. Kleiner Bühne, der Drecksack, Alter. Junge, halt deine Fresse, Alter. Ich bin hier für dich gestorben, du Arsch. Komm her, und stirb, Alter. Komm mal los. Na, da warst du nur gerade das Feuer. Komm her, du Panner. Ja, dir verrecke ich jetzt nicht noch mal, du Arsch. So was brauch ich. Scheiß, Scharfschütze. Jetzt hört's langsam hier auf, Alter. Langsam hört's hier echt auf. Blöde Panner. Ach, hier oben, oder was? Gebrechiges Genick, Alter. Dreckiger Hundekopf. Weißt du noch was? Alles klar. Hier, wegschmeckt dir das? Oh Mist! Mist! So. Ja. Vollidiot, noch einmal, Alter. Noch einmal so eine Aktion hier. Tschau. Ciao. So, come here. Don't have a Panner. Okay, hier. Geh eigentlich zum Boden. Verdammte Angst. Achtung! Oh, ja. Also ich bin so blöd wie ihr. Vergiss es Junge, vergiss es. Okay. Toll. Hier. Hier haben wir schon. Trottel. Hier ist er doch auch wirklich so blöd, ey, ernsthaft. Was ist denn los? Okay. Jetzt. Hä? Hi. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Hm. Au! Genau. Ist dir das echt genug? Riecht niemals ne Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen, nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zaun Gottes. Nicht der Zaun Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Talbot. Oh Mann, ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt gekommen. So. Dann bin ich...